Welcher Ort hat akademische Menschen in der jüdischen Welt? Der größte Teil von den Menschen, die sich mit jüdischen Handeln sind, sind Akademiker. Die jüdische Identität in Amerika ist stark verbunden, die sich in den kleinen Kreisen akademischen, die sich in der jüdischen Kriege befinden. Die jüdische Identität in Amerika ist stark verbunden mit der Universität. Jeder jüd von der Mittelklasse geht in die Universität. Die universität macht Geld für die jüdische Studien. Die jüdische Identität gibt es in der identität der jüdischen Jüdischen. Man muss nicht wissen, was man mit ihnen macht, was man mit ihnen macht. Aber sicher gibt es das Salz und Pfeffer. Er muss das mehr wie Salz und Pfeffer sein. Er muss das Taka am Mozart bei den Studenten lernen sich in der jüdischen Mensch. Was willst du, als sie sollen machen? Versteht sich, alle dürfen machen Doktoraten. Es werden Professoren der jüdischen Kulturen, jüdische Schreibers, Linguistinnen, Journalisten. Ich erwähne, dass es nicht geschah, wenn Teil gemacht wird. Versteht sich nicht, dass jeder eine kann, dass jeder eine will. Es wird nicht so gut gearbeitet. Aber ich würde sehr gewohnt, dass jeder Schlossspieler eine wichtige Rolle nicht auf der Peripherie sein soll. Es ist die größte Tragödie. Das ist die größte Tragödie. Es hat einen großen Sinn. Es ist etwas, was es gibt, als ein Hund, als ein Zentrum für die Menschen reden, soll sein auf der Peripherie, soll vergessen werden. Das heißt, das jüdische Kulturleben hat gekocht in Amerika. Bis in die 50 Jahre rein und viel später noch. Es ist nicht, was es gibt, mit 200, 300 Jahren zurück. Das wäre nicht so gut. Das ist ein Bezug! Es wird nicht so gut. Aber wir können so gut sein. Aber wir müssen sie nicht mehr wissen. Wir können die Menschen wiederholfen. Das ist mein Ziel. Ich wünsche mir nur noch ein paar Jahre. dass wir uns nicht über die Zeit und die Zeit. Vielen Dank.